Willkommen zurück zu einem neuen Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir müssen jetzt hier nach oben. Wir sind ja jetzt hier stehen geblieben. Wir suchen nach Überresten bzw. Geistern. Und hier sind sowieso einige Geräusche, die mir nicht so gefallen. Das Klopfen, das Zerbrechen von Gegenständen, die Lichter, die einfach angehen. Alles, was sich hier einfach so bewegt, was wir nicht anfassen. Es geht sogar noch weiter nach oben. Und überall sind hier diese ekelhaften Ratten. Wie man hört, schon wieder dieses Geräusch. Wer auch immer das ist, der will uns Angst machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Ratten wären nicht weniger, sondern mehr. So, holen wir mal die Lampen. Okay, der wurde abgemurzt. Aber von wem? Oder was? Also man kann da noch weiter nach oben. Und man kann hier kurz noch draußen. Gibt es hier denn irgendwas? Ich glaube nicht. Außer eine Kiste. Die wir zum Glück nicht übersehen haben. Oh, ihr nervt. Verpisst euch. Das geht sogar noch weiter nach oben. Es geht sogar noch weiter nach oben. Das ist wieder die Tür, die so klopft. Ich kann nur hoffen, dass es der Wind ist und nicht irgendwas, was jetzt rauskommt und uns angreift. Ja. Das war ich nicht. Das war ich auch nicht. Alexander's Labor soll mir finden. Ja. Erst mal ein bisschen gucken. Hier ist ein Handabdruck. Und zieh mal an. Da ist noch ein Hebel. Reicht nicht ein Hebel. Wo führt uns das hin? Noch weiter nach oben. Aber was ist da drin? Was genau hat er bei den experimentiert? Bei den Menschen? Ich höre hier jemanden weinen. Ja. Ich speichere mal kurz, ne? Man weiß ja nie. Vielleicht ist es so ein böser Geist. Annabelle. Ich habe gespeichert. Das war, glaube ich, gut. Die ist böse bestimmt. Die kommt jetzt. Wer ist das? Wer bist du? Nein. Du möchtest mich auch schocken? Du möchtest mich auch schocken? Nimm dich schocken. Ich will die Kurs, die diese Eiland greifen. Dein Turn, um mir zu erzählen, wer du bist. Die anderen Ghosts, die mich nicht sehen können. Ich bin speichert. Sie war immer. Die rare Schönheit. Die Lordein' Daughter. Lass mich raten, du greifst mich an. Meine Familie und ich, wir hielten in der Maje's Tower, um das Ende zu erwarten, das Ende der schweren Zeiten zu erwarten. Es war nicht immer wieder. Der Maje, der hier lebte, war er? Alexander? Ich wusste ihn gar nicht. Er hat die ganze Zeit in dieser Tower verletzt. Er ist auch tot, du weißt. Er ist auch tot, du weißt. Er ist 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 tot, du weißt. Auch er, der mir immer wieder liebte Liebe. Du weißt auch, du weißt. Wenn ich die Kurs, du selbst wird, dich frei zu gehen. Er ist tot, was hier passiert. Die Schäden zu der Eiland zu fragen, ob es das stimmt? Nein. Sie kamen zu robben und zu töten. Sie sahen uns rüchig, glaubten wir uns hier wegzuhren, um sie zu schlafen, um ihre Misere zu schlafen. Doch wir hatten wenig food, auch zu wenig zu share, mit denjenigen, die kamen. Sie verletzten alle. Ich hörte mein Vater kreieren, aber der Maid sagte mir nicht, um sich zu zeigen, oder zu lassen, jemanden. Er hat mir ein Potion gegeben. Wenn ich herausbekommen bin, würde ich es trinken. Was war das für ein Trank? Er hat mir Angst, aber ich hatte Angst, so schrecklich Angst. Und dann habe ich ihn, mein beloved Graeme. Er hat mich gezwungen, ich öbete die Tür für ihn, aber andere kamen, sie schlafen mich und... Er hat mich gezwungen, sie schlafen, sie schlafen, sie schlafen mich. Er hat mich gezwungen, sie schlafen, sie schlafen mich. Ich habe mich verletzt, mich zu schlafen und dann... nichts. Er hat mich gezwungen, wie du stirbst? Nein, für ich später wachst. Ich war allein, es war schmerz. Ich habe mich nicht mehr geblieben. Nur da waren die Rathen. Allein. Zwei. Hundert. Und ich... konnte nicht mehr. Sie waren überall. Sie waren überall. All über mich. Wie insekten. Ich habe mir. Ich habe mir das. Ich habe sie öffnet meine Haut, und dann schraubte ich in meinen Kopf. Sie sahen mich entfernt und ich konnte gar nicht schreien. Habe ich nicht genug souffert? Warum kann ich dieses Ort nicht verlassen? Wir können dir helfen. Warte. Wie kann ich dir helfen? Eine Kursung, die von Hütung verbindet mich zu diesem Ort. Nur Liebe hat die Macht. Ich hoffe, es zu leben. Aber... Wer könnte eine Rathen lieben? Und dein Liefer, ist er auch tot? Grail? Nein, er lebt. Ich weiß nicht, ob er sterb. Aber er fuhr. Er hat mich abgewandert. Er hat mich hier allein. Vielleicht könntest du den Kursen von seiner Macht übergeben. Du könntest das Isle verletzen. Erzähl mir mal erstmal von dem Kerl, der dich am Stich gelassen hat. Ihr Liefer? Wer ist er? Wer ist er? Wer ist er? Er ist er? Nein, ein schlechtes Fisch. Mein Vater verletzt, starkt. Er hat uns nicht gesehen. Er hat uns gemeinsam gesehen. Ich erinnere ihn so... Each Nacht, ich gehe auf den Islen shore und schaue auf die Stadt. Er erinnert mich noch? Hm. Er hat gesagt, dass du nicht verlassen kannst. Ich weiß nicht, dass du nicht erinnert hast. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Es ist alles ein Schmerz für mich. Wie ich sehe, du bist der Kursen. Die anderen Ghosten auf der Islen, ihre Auras sind nicht so stark wie du. Meine Medallion hat angefangen, als wir angefangen zu sprechen. Ich weiß nicht was, aber du glaubst, was er ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Vielleicht ist es, weil ich eine Heiress auf diese Lande bin. Es könnte sein, dass dein Blut tiefe zu der Lande ist. Die Basis der Kursen, das ist. Wenn es so ist, forgiving Graeme. Lass deine Resenstanz zu resten, sollte es erinnern. Ich lief ihn. Ich lief ihn. Ich bin bereit, ihn zu retten. Aber ich muss wissen, dass er erinnert, was er getan hat. Ich mache ihn. Er muss sie. Das wird unser Aufmerksamkeit sein. Willst du ihn sprechen? Willst du das für mich? Okay. Ich spreche mit Graeme. Wo werde ich ihn finden? Er ist in der village auf der Lakeshore. Wie wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich liefst, will er mich. Wenn er dich liefst, will er mich. Er sagt er immer liefst. Oh je, oh je. Dann werden wir immer helfen. Sie ist der Mittelpunkt des Fluches. Vielleicht ist sie diejenige, die immer rumgespuckt ist und alles runtergeschmissen hat. Erstmal gucken noch, was hier oben ist. Wahrscheinlich gar nichts mehr. Ähm. Ja, was du Annabelle sagen. Sie ist tot, aber ist dennoch da. gefangen. Und zum Glück haben wir diese Nessüge gemacht. Ich hoffe wir erledigen die auch gut. Damit wir sie befreien können. Und sie endlich die Ruhe hat, die sie braucht. Aber ich habe so, es ist so ein Verdacht, dass sie irgendwie jetzt, wenn sie Graham sieht, dass sie irgendwie so bösartig wird. Dass sie mehr Hass kriegt. Und dann, muss ich gegen sie kämpfen, als neuen Supergeist. Oder sie vergibt ihm wirklich. Das wäre mal auch was anderes. Aber ich kann ihr nicht verübeln, Rache zu nehmen. Sie hat ihn die Tür aufgemacht und wurde dann getötet. Nur wegen ihm. Ähm. Der ist dann abgehauen. Das ist wahre Liebe, wa? Na gut. Um. Millie! Wir müssen fliehen! Quick, jetzt! Millie! Millie, was ist mit dir? Ich weiß nicht. So are wir. Burnen! Ah! What? No! No! Stay back! Don't leave me! Was ist denn mit dem passiert? Was liegt hier? Ach, Mensch. Verdammt! Wie komme ich hier weg? Alles umzäunt. Oh, nicht du schon wieder hier. Alles umzäunt. Aber nicht du schon wieder hier. Die sind wirklich die ekelhafteste Insel. Und nicht wenig. Also auf der Insel lebt eigentlich keiner mehr außer die Monster. Was? Was? Wir müssen wieder weg von hier. Wo ist unser Boot? Ich möchte nicht so gern schwimmen. Ach so, da ist unser Boot. So, da ist unser Boot. Walsche Seite, oder? Nein. Erstmal weg von dieser scheußlichen Insel. Aber wir müssen bestimmt nochmal zurück. Ob Annabelle jetzt neben uns ist? Wir sollen sie ja zu Graham bringen. Was? Da drüben soll der sein? Dann ist er ja nicht weit abgehauen. Vielleicht denkt er ja noch an ihr. Nur vielleicht. Was? Man, nicht... Da ist das hier. Ich will sprechen. Du bist dumme. Du bist dumme. Du bist dumme. Ich hab dich gesagt. Ich bin nach dem Island. Ich weiß, was da ist. Ich bin da. Was willst du von mir? Ich will mit dir sprechen, über Annabelle. Annabelle? Was kannst du wissen, über sie? Ich kennenzulich. Ich hab sie mit ihr. Annabelle ist tot. Sie verraten. Und ich... Ich kann sie nicht schützen. Sie lieben. Sie lieben? Ich... Ich liebe sie so tief. Ich liebe sie so tief. Ich glaube, wir kommen durch. Ich glaube, wir wären zusammen. Ich glaube, wir wären zusammen. Es war nicht für ein Vater, wie ihn. Seine Frau und eine... Plane Lout. Was passiert auf Fike Isle? Du musst mir erzählen. Es war Millie, Finch und Faulkner. Sie haben die Mannschaften, alle Rufs, zu gehen auf die Isle, zu retten, zu retten, zu retten, was von den Nobern. Sie wussten, dass ich in der Tower war, dass die Herrschaften der Herrschaften öffnen die Garten für mich, als ich sie verraten. Sie verraten Sie mit ihnen? Nein, ich... Ich sah meine Chance in es. Für Annabelle und mich zu fliehen. Aber... Es war alles in der Chaos. Unsere Mannschaften aus der Stadt, sie haben angefangen, alle zu töten. Annabelle! Sie wollten zu retten! Es war dann, sie verraten die Zutaten. Die Mäge muss es ihm gegeben. Ich habe die Toweren geflogen, dass ich sie zu sterben wollte, dass ich sie zu sterben wollte. Ich habe sie alle zu hell. Ich werde mich nicht zu sprechen. Nein mehr, bitte. Es war keine Zutaten. Annabelle trank ein starkes Potion. Die Mäge wollte sie zu retten, sie zu retten, als sie zu sterben war. Sie verraten alle. Das bedeutet... Sie... Sie sagen, Sie sprachen zu ihr? Sie sprachen zu ihr. Nachdem sie erwohnt, die Toweren war vollen kohlen. Und die Rats. Sie war warm, die Rats verraten. Die Rats verraten sie zu leben. Sie war... Sie war... die ganze Zeit. Aber... Sie war... Sie war... Sie war... wie ein Schmerz. Ich habe sie verraten. Ich habe sie verraten. Ich habe sie verraten. Ich habe nie gedacht... Annabelle braucht sie. Sie will nur finden, wenn du sie helfen kannst. Was kann ich tun? Es ist zu late. Bury ihre Böse. Annabelle sollte sie zu resten von einem, der sie liebt hat. Es ist die einzige Weg, die Kurs, die Fieke hält. Es sind... ihre Böse. Ja. Gib sie mir her. Und lass sie mir her. Hm. Huh. Das ist ja echt... Scheiße. Sie nimmt so einen Trank und hat aber noch gelebt, aber wurde dann von den Ratten aufgefressen. Ach. Gibt's in dem Spiel auch mal was Positives? Dass einer mal überlebt. Nein. Alle sterben irgendwie. auf grausame Weise. Ich finde heraus, was sich zugetragen hat. Was noch? Wir sollen Bescheid sagen, dass wir den Fluch gebrochen haben. Ähm. Das sind zwei Markierungen. Ich glaube, ich gehe erstmal zu der... im Norden hier. Also, fast im Norden. Sagen wir ihm Makira Bescheid. Wir sind schon stärker geworden. Wir sind schon stärker geworden. Also, für die Ertrunken in jeden Fall. Aber es gibt auf jeden Fall noch Monster, die sind uns noch weit überlegen. Was weiß ich für Level, was die da haben. Platsch. Was weiß ich. So, hier ist ihr Haus. Nächstes Mal zerre ich sie mit in diese Scheiß mit den Ratten. Ich quäle sie dann. Was weiß ich nicht? Und das ist ein? Du hast es nicht verstanden. Du hast es gebraucht. 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 Aber die Gebraucht... Was war es? Was? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. All right. Time I was on my way. Perhaps... Perhaps you stay just a bit longer. There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novograd. The trader was due to be here yesterday, but it has yet to arrive. Could you see what happened? The package is not important to me. Why not? If he was coming here from Novograd, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I should be ever so grateful for you. I'll be sure to leave the devil's back as well as thanks. A lesson among friends. Yeah. He uses this really well. What are the ingredients... Was ist denn hier? Was will ich aus? Witches, die nicht frei machen. Das die Peller weiß. Nicht zu Angst. Wie ein ein für ihre Hilfe. Das die Peller weiß. Es scheint, du kannst eine Witcher nutzen. Ja, ich werde helfen. Du nicht zu retten. Die Peller weiß. Die Zeit hat die Leute zu holen. Across die Wurzeln müssen wir nach Fike Isle nach Fike Isle. Da, in der Circle of Stones, die wir machen. Je schneller wir das, desto besser. Bist du es in der Nacht, in der Mitte. Mit der Doppelung. Mit der Doppelung. Mit der Doppelung.